Habt ihr mal sehr viel Geld war? Ey! Schlipp! Woah! Ihr habt da ein Problem, ne? Das sieht doch nicht so ein Verduckenknoten vor. Echt? Ja, super, mir auch geil. Woah, hinter uns aufpassen! Wuhu! Hallo, Schatzi! Hallo, ihr Lieben! Pegt euch! Eickel einen Kackstlückis! Natürlich! Ihr geschirrt auf den Sack. Ganz die walten... Scheiße. Ich bin so ein bisschen in der Klemme, ne? Das besperrt euch. Danke. Ach, scheiße. Wo ist denn der Penner? Alter, geh doch mal weg, Kackfratzenvieh, Mann. Mann, 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 Mann. Guck mal, was hier ist. Ja. Wo ist der Dreckzack? Ist weg. Der Dicke ist schon da. Was habt ihr da gefunden? PNT. Das mit dem Dynamikab ist noch nicht so rückwärtschaden. Wieso? Du nimmst es in die Hand, zündest es an und dann ist es weg. Dann ist es weg. Zauberer! Wup, wup! Zündet man das an? Oder du musst da drauf ballern, das kann natürlich auch sein. Ja, das hab ich jetzt gemacht. Während du das in der Hand hältst. Am besten schraubst du es noch vorne am Lauf dran. Ja! Kann ja auch nicht bei dir explodieren, sondern du hast ja extra ein Ziel für eine Runde. Ich schau halt immer noch hier nach diesem komischen Goldbutton. Hier ist einer, ich hab den noch nicht aufgenommen. Ja, dann lass mal gucken, wie der aussieht. Du hebst da automatisch auf? Ich dachte, ich muss eh drücken. Toll. Ich hab wieder keinen gesehen. Nee. Ich wollte extra nichts drücken. Ich will nicht, dass du ruhig was sagen kannst, dass man den Tor aus sammelt. Oh wow, ich hab doch gesagt, ich bin letztens drüber gelaufen. So, dann mal hier in die Bude rein, weil? Naja, wie sieht ein Goldbarren aus? Im Endeffekt wie ein Goldbarren. Jaja, aber irgendwie farblich unterschieden oder so? Nee. Nee, nee, nee. Ja, sieht genau so Gold aus. Okay. Sieht aus wie ein Stück Holz, was angemalt ist. Genau. Giovanni Mo! Vorsicht, wir werden beschossen. Ach du Scheiße. Was? Denk dran, ein Gegner ist erst tot, wenn er tot ist. Also einer ist weg. Ein Sniper. Ja, der ist bald abgehauen. Nee, ich hab den erlegt. Ich hab kaputt gemacht. Dann können wir ihn ja auch heute mit dem Russen draus machen, oder? Oh oh. Die sind doch krank, sind die doch. Ich brauch nur zuneigern. Nein, ich hab ihn nicht. Nein, ich hab ihn ja auch. Ja, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Okay. Was ist das? und er sollte nicht mehr aufstehen der sabbat ja hier noch der tote der jenkt der ist doch frisch kann den schlangen tut er ist doch frisch hier ist aber ein offenes gelände ich denke immer lecker macht sich bemerkbar bei so den blühen berührenden und ich stehe vom zombie das hört sich manchmal so an wie soll das schnaufen von laika so weißt du rutsch wenn ich dieses weil so macht sie sich immer bemerkbar weißt du wie ich meine ohne preacher für die preacher nehmen ach nein ich das habe ich hier schon mal gespielt ja fucking ey wo ist denn jetzt meine waffe hin oh das wird das wird wer hat hier schon hier gespielt oh jetzt kommt meyer hier hier ist der andere goldbarren ich sehe auch einen das hört man da jetzt alles hinfam oder? wo? ach da hm hm hast du auch schon gesehen schatz? nein oh 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 dann nehme ich den hey jetzt ist hier halligalli das ist wo ist die 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 Wir werden mit einem Landlinen töten, okay. Wir werden mit einem Landlinen töten, okay. Ich habe gut platziert. Was wird noch? Ganz lustig. Ich habe hier überall so Minen verteilt, weil es gleich kommt noch so ein Dicker. Boah, Junge, Junge. Boah, wie viel Blut hat der denn in sich? Ey, der tropft immer noch. Boah, Junge. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Goodbye. Oh, oh. Hab dich, hab dich. Tritt sich fest, Aro tritt sich fest. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Da kommt der Dicke. Wow. wo das sind zwei dicke auch sie text ich war ganz auf deiner seite kontrol punkt neu starten wie deprimierend wenn man so so die ganze zeit so in exklusionsraten von irgendwelchen sprengungen auf geht's oder nicht ja klar Beide Sniper down Ja, ist gut jetzt hier Boah, der hat einen Klick gekriegt, der Junge Du bleibst halt dir, Nioh Wow Oh, halt auch nicht Alter Ich bin aber nicht hier Ah Das macht ihr wundervoll Und eigentlich dieser tolle Typ So viel schmeckt die Karabiner Ich glaub da kommt was Warum explodiert hier alles? Woa Was ist das? Ja, überraschend. So, wie hat man einen Lake-Defur-Chee gesehen, wenn man einen draufkommt. Die kommen von der anderen Seite rein. Die kommen von der anderen Seite rein. Schaffst du nicht? Häng sie ab. Machst du gut? Oh, ich hab mich mal hingelegt. Ich muss kurz bestauchen. So, stirb du faulen Sau. Kontakt. Wasser. Da hinten kommt der Drecksack. Ja. Da hinten kommt der Drecksack. Ja. Da hinten kommt der Drecksack. Woah. Ouh! Komm, mein Funnel! Von mir! Von dauernd! Tut euch noch die, wo du dich fettest! Fuck! Ah, ah fuck! Hey, ich bin auf dem Weg! Hey, ich bin auf dem Weg! Wo ist der Schatz? Unten an der Schattung F*** 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 Da kommt einer hoch zu euch F*** Aro Oh ich seh gar nichts Schatt dran Nur eine scheiß Sicht F*** ich liege aber jetzt Oh blitz mich verarsch Aufschieben Wir leben alle wieder Ja ok Wir leben alle Wart mal alle kommen auf der Seite Klasse rückwärts Nee Nö Wo bist du? Ich häng fest Die beste F*** Oh, Schengen im Parking. Dankeschön. Ich wiederbelebe dich. Dankeschön. Aber wir waren härter. Sichere den Lastwagen. Wieso man den denn sichert? Also, muss man alle hier sein. Aber wir waren die ganze Zeit eigentlich hier. Na ja. Mann, das war aber aufregend, wa? Hey. Du bist sowas von tot. Du weißt es nur noch nicht. Ich bin schlecht. Ich auch. Wieso habt ihr so viele Punkte und ich nicht? Ne, wir haben ein Goldwaren nicht gewonnen. Und Flaschen. Wieso habt ihr so viele Punkte? Weiß nicht. Wir haben geballert. Und du nicht. So, weiter geht's. Ja, du hast wahrscheinlich keine Küsse gehabt. Und alle Seelen, die hier stehen, sind verdammt. Die Straßen schreien mit Nazi-Zombien. Find die Grunds dieser unerthlosen Skurge. Warte auf Spieler. Sorry. Hey. Wenn du das alles jetzt mal eben durch über das Essen redete, darüber um aber wie sonst was. Er schöne ist nichts, aber wenn du hier das machen wirst. Oder bestellen wir. Essen. Ne, ne. Ja, doch. Hab du die Information? Ne. Die Kursche die皮b 팬s und Nögel. Aye. Die Kursche die Medizin, die bedurfte Nögel. voll den kopf weggeschossen aber mit dem fuß Bäh! der revolver ist cool braucht zwei ewigkeiten ich hab die luga und wer redet hier mit uns jedoch soll denn das meine meine mann Wow! Kralle? Kralle?